Hey, du hast Kuchen, ja? Kann ich ein Stück haben? Äh, na klar. Oh, gib mir ein bisschen Schlagsahne. Was hast du gesagt? Kuchen ohne Schlagsahne schmeckt nicht. Schlagsahne? Schlagsahne, ja. Du meinst Schlagsahne? Ja, Schlagsahne. 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 Es klingt seltsam bei dir, warum sprichst du das G wie Ch aus? Wovon redest du? Ich sage es einfach Schlagsahne. Du machst Schlagsahne auf deinen Kuchen. Kuchen schmeckt besser mit Schlagsahne. Sag Schlag. Schlag. Und jetzt Schlagsahne. 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 Du ist Haare. Oh, you got some pie, eh? Can I have a piece? Uh, sure. Oh, let me have some of that Cool Whip. What'd you say? You can't have a pie without Cool Whip. Cool Whip? Cool Whip, ja. You mean Cool Whip? Ja, Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. You're saying it weird. Why are you putting so much emphasis on the H? What are you talking about? I'm just saying it. Cool Whip. You put Cool Whip on pie. Pie tastes better with Cool Whip. Say Whip. Whip. Now say Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. You're eating hair. Pfft.